Und weil die einen in Marokko am Strand an der Sonne gelegen sind, haben wir uns gedacht, das kann er mich auch, und haben mit seinem eigenen Sankriobauty gemacht. Jetzt ist sich für die Mütze leider kein Sessel mehr ausgegangen, weil wir zwei gekocht haben. Die beiden haben sich nicht zusammen gedacht, dass sie hier alles gebraucht haben.